Ja, damit sind wir schon mit Kapitel 4 durch. Kapitel 4 ist relativ kurz, auch wenn das eigentliche Gebiet recht groß ist, also sich über mehrere Kapitel erstreckt. Also Dormtief, Unterwürmzahn, Gletscher. Und ich gehe wieder rein. Nicht so schön. Sag, was du von mir willst. Wie kann ich helfen? Euer Leben ist verwendet. Fallen mir die Füße ab. Okay. Ja. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Wie kann ich helfen? Ist etwas nicht der Auge? Ich bin müde. Wir müssen rasten. Vita, Mortis, Feuer, Feuer! Ich muss mich halt raus holen. Ich muss mich halt raus holen. Ich muss mich halt raus holen. Oh Gott. Ich muss mich halt raus holen. Vita, Mortis. Vita, Mortis. Vita, Mortis. Vita, Mortis. So, das sollte jetzt reichen. Und mit ein paar Eistrollen fertig zu werden. So. Und das war auch der Grund, warum ich gerne den Trolltöter hatte. Weil ich wusste, hier gab es noch ein paar Tolle, die auf Edelsteine stehen. So. Welches war jetzt Evades-Tagbuch? Das. So, ihr könnt hier Quick-Safe kurz machen. Und hier hat der Wirmsergletscher. Gut. Wir haben Tag. Wir haben gerastet. Wir können uns jetzt in Ruhe auf dem Gletscher umsehen. Werde Zeuge Mara. So, du solltest eigentlich schon nix dem Tode da sein. Mit Vergnügen. Dein Befehl vorwärts. Ich mach so schmerzlos. Bei mir normalen Trollen hatten wir, hatten wir schon mal unsere Freude. So, ein paar Edelsteine einsammeln. Ist irgendwie verkehrt. Oh, hi. Und ja, man merkt Schneetrolle, also Eistrolle sterben um einige schneller als Schneetrolle. Weil, komischerweise, Eistrolle instant sterben und nicht sterben wie Schneetrolle oder normale Trolle. Wackelige Brücke. Diese Brücke ist in einem schlechten Zustand. Kötter Eistürz. Die könntest du nicht überqueren. Aha. Ja. Die müssten wir dann erst reparieren. Ich höre, wenn es dein Wunsch ist. Ja, hier trappelt ein Ettin rum. Hier ist ein Eingang. Gegen den Ettin brauchen wir auf jeden Fall eine bessere Waffe. Dein Befehl, vorwärts. Euer Leben ist verwehrt. Nein. Ich hatte... Ja, es soll geschehen. So. Brauchst du mich? Jetzt müssen wir Bedoya heilen, weil der hat jetzt... ...ziemlich viel einstecken müssen. Ja, ich gucke mir erst mal so die Ausbereiche an. Weil, wie man sieht, wimmelt es hier vorne. Eistroll, Schneetrollen. Dein Befehl, sofort. Ich weiß, wir meinen Wart in deinem Blut. Das Gute ist, Trolle sind... Ja, einverstanden. Nicht so... ...ihr Wut gegen... ...normale Geschosse. Kommt her, wenn ihr euch traut! In Ordnung. Ja, aber bald müssen wir halt in den Gletscher rein. Also hier in den Eispalast. Wir sind so... Sag was, sofort! Bereit zu spür meine sterlende Klinge! Ah! Stürb! Ich schlag das in Stücke. Übermerkst du die Last haben mit ihren... Minus 7 wird fast nicht mehr getroffen. Dein Befehl sofort. Ja. Ich höre, du soll es geschehen. Worum handelt es sich? Sag, was du von mir willst. Weiter! Was? So soll es geschehen. Ach, im Schattenverstecken, fehlgeschlagen. Ich finde es echt lustig, dass die Trolle hier unter der Brücke hausen. Oder sie haben die arme Frau hier runter verfolgt. So, jetzt ist es im Schattenverstecken gelungen. Bei hellem Tageslicht im Freien ist im Schattenverstecken auch etwas schwierig. Also gut, da unten geht es weiter. Da sind noch mehr Trolle und... Eingang in den Museumskeller. Okay, das ist jetzt nicht so schön. Wie kann ich helfen? Sofort! Kann ich helfen? Ich glaube, jetzt brauchen wir die regelteine Verteidigungsqualitation. Oder auch nicht. Sehr gut. Dieses Mal müssen Taten und Leute hier sprechen. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Braucht du mich? Sehr gut. Wollen die Götter euch gnädig sein? Was ist los, wenn es dein Wunsch ist? War jetzt nicht so beabsichtigt, aber hat es geklappt. Eistunnel, okay. Hier ist der Eingang ins Museum. Ein Quicksafe wäre auch mal nicht schlecht. So. Ach, Yetis sind hier oben. Gletscher-Yetis, die sind etwas stärker als normale Yetis. Also als die Yetis, die wir schon kennen. Dein Befehl? In Ordnung. Trag aber Yeti-Pilz. Schlaf nicht in den Stecken. Auf, wenn wir sieben! Nehm keine Gefangenen! Achso, das hier sind jetzt gerade normale Yetis. Kein Wunder, dass die... ...teilweise sehr schnell fallen. Äh... Ja. Du bist schon ziemlich am Limit. Dir könnten wir doch was geben. Du bist voll. Die Götten wäre aber auch so eine Rüst... Äh, ja. Die Rüstung. Die etwas leichtere Sache zur anderen. Äh. Du bist jetzt überladen. Nicht so schön. Du kannst dir den Helmhaken geben. Dann kannst du die Rüstung hier... ...nehmen. So. Ja, okay. Quest-Gegenstätte geben wir mal eben hier.